Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute im Stream ist uns eine Sache aufgefallen, die für den Schlachthof ein riesiges Problem ist und ich glaube auch für euch, wenn ihr den Schlachthof spielen wollt. Und zwar sind das die Kosten vom Schlachthof. Also so dumm es auch klingt, aber der Schlachthof, um ein Siegel herzustellen, wird 800 Siegelpulver kosten. Zum Vergleich, ein Stufe 90 bis 100 Nightmare Dungeon kostet 450 Siegelpulver. Ein Schlachthof Siegel, Siegel 1, Level 1, kostet 800 Siegelpulver. Was den nächsten Level kosten, wissen wir gar nicht, aber Stufe 1 gibt 800 Siegelpulver. Und man findet am Ende von dem Schlachthof Siegel kein weiteres Siegel. Das heißt, wenn ihr einen Schlachthof gemacht habt, müsst ihr wieder mindestens 800 Siegelpulver bezahlen, um ein weiteres Siegel zu öffnen. Ob Siegel im Allgemeinen fallen, sagen wir mal, ihr habt einmal einen Schlachthof abgeschlossen, ob die dann einfach so fallen können, wenn ihr zum Beispiel grausige Gaben beim Baum abgebt oder in einem Schlachthof Siegel, ob die da fallen können, haben sie nicht so gesagt. Aber sie haben explizit gesagt, dass dann am Ende von einem Schlachthof kein Siegelpulver bekommt und auch kein weiteres Siegel. Und das kann ein extremes Problem sein. Wenn ihr mal guckt, ich habe gerade 4500 Siegelpulver. Das könnt ihr ja bei euch selber einfach mal gucken, wie viele ihr gerade habt. Das wäre nach Adam Riese gerade mal 7, fast 7 mal Avatar of Sia, also Schlachthof von Sia, Stufe 1 Siegel. Das ist nicht viel. Und wenn ihr ein Siegel kaputt macht, was ja mit die beste Einnahmequelle ist für Siegelpulver, dann bekommt ihr dafür bei einem hohen Siegel wie dem verlassenen Tunnel Level 77 gerade mal 120 Siegelpulver. Auch wenn ihr 100er Nightmare Dungeons kaputt macht, ist das nicht viel mehr. Es sind immer so um die 120. Als Vergleich nehmen wir hier mal ein 60er, gibt 111. Also ihr seht, die Spanne ist da nicht wirklich groß. Das heißt, eins kaputt machen, gibt um die 120 Siegelpulver. Dann müsstet ihr alleine 7 Stück kaputt machen, um einen Schlachthof Siegel zu erstellen. Und ich glaube, das kann echt krass werden. Vor allen Dingen, wenn man sich die höheren Siegel anguckt, wir wissen ja auch nicht, was die kosten. Ich bin auch extra nochmal das Videomaterial durchgegangen, was wir im Campfire gesehen haben und sie haben nicht gezeigt, was die anderen Level kosten. Aber eine Sache, die komisch ist, ist halt, dass man, ich zeige euch das, ich blende euch das einmal ein, das Bild, dass man nicht alle Tiers 1 bis 25 auswählen kann, sondern nur verschiedene. Ob das bedeutet, dass man, also normalerweise ist es ja so, wenn wir uns dieses alte Schema angucken von der BlizzCon, war es so, du machst Tier 1, danach hast du die Möglichkeit Tier 2 zu machen, danach hast du die Möglichkeit Tier 3 zu machen und immer so weiter, bis du bei 25 bist. Ähm, du kannst also nicht vom Grund auf sofort sagen, ich will sofort eine 25er starten. Man muss sich also da durchkämpfen, das ist klar. Aber wieso nur 1, 2 und diese verschiedenen Stufen gezeigt werden, wissen wir aktuell nicht. Ich blende euch das gerade nochmal ein, da haben wir 1, da drunter kommt 6, danach kommt 2, danach kommt 3, danach kommt 10, danach kommt 20. Und ich sehe gerade, wir können uns das ausrechnen, weil er hat gezeigt, wie viele Siegelpulver ihr insgesamt habt. Er hat insgesamt gerade 9200 Siegelpulver, kann damit 11 mal Nummer 1 machen und 5 mal Nummer 20. Das würde bedeuten, die 20 kostet 1800, 1900 Siegelpulver ungefähr. Und na, ihr habt gerade gesehen, wie wir es gerechnet haben, wenn ihr ein Siegel kaputt macht, kriegt ihr 120. Das heißt, ihr müsst am Ende 20 Siegel kaputt machen, bevor man überhaupt einen neuen Schlachthof zünden kann. Und selbst wenn man es in der Rotation macht, das sind wirklich sehr krasse Voraussetzungen. Und wir glauben auch, dass da eventuell nochmal Änderungen kommen. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es so bleibt, niemand erschaffen wird, die Lordseer-Glyphe auf Level 200 zu bringen. Weil Level 1 kostet schon 2000 Glyphen-Erfahrung, Level 2 kostet schon 3600 oder 4600 Glyphen-Erfahrung. Und das geht ja exponentiell immer höher. Wie soll man denn so viel Siegelpulver bekommen, um die höheren Schlachthof-Siegel überhaupt zu erstellen? Also es wird eine sehr spannende Geschichte. Mein Vorschlag oder mein Rat an euch, nutzt die nächsten zwei Tage, um ganz viele grausige Gaben zu sammeln. Und um Siegel zu sammeln, die ihr dann kaputt machen könnt, um so viel wie möglich an Siegelpulver zu bekommen. Ich weiß, der ein oder andere von euch hat schon 50.000 brutal aus der Community, hat sogar über 200.000 Siegelpulver. Aber bei den Preisen, ihr seht ja, ein 20er kostet fast 2000 Siegelpulver. Da werden dann auch die 200.000 Siegelpulver schnell vorbei sein. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da nochmal innerhalb dieser sechs Wochen Eventzeit was geändert wird. Vielleicht fallen die Siegel ja auch einfach random im Dungeon oder man kann auch welche bekommen von den grausigen Gaben. Aber das hätten die gesagt. Und auch im Dungeon vom Schlachthof ist gar nichts gefallen. Wieso sollten dann ausgerechnet diese Siegel fallen? Ja, macht nicht unbedingt Sinn. Deswegen sehe ich da eher Schwarz. Ich würde mich sehr über einen Follow-up-Kanal freuen. Wir werden bestimmt in den Schlachthof sofort reingehen. Und dann werde ich euch alle nötigen Informationen einmal zuspielen. Wenn ihr noch Bild sehen wollt für den Schlachthof, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.